Und da, dummerweise, war da leider nicht ufällig eine Holzdruckplatte. Oder eine Golddruckplatte. Hey komm, dann bringen wir mal ein bisschen Action hier in die Season. Ich komme gleich nach, sobald die letzten fünf... Ich brauche mich da gerade perfekt drüber, willst du mich verachsen. Ich baue mir gerade noch ein paar Öfen. Außerdem das TNT gehört mir und Nico. Ich habe 13 TNT. Ich dachte, deins ist meins und meins ist deins. Und außerdem habe ich selbst ein TNT, da ich einen dieser Tempel gelootet habe. Ja. Ich suche gerade Diamanten im Nether. Klappt nicht. Was? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, ich suche einen falschen Biom. Finde den Fehler. Boah, ernsthaft ey. Ich buddel mich jetzt nach oben hier. Wenn ein Lava runterkommt, dann bin ich gleich weg. Lava. Hier kommen bei mir jetzt auf dem Ort Dungeon-Geräusche. Weil eine Höhle nebendran sind. Wo ich in meinem Haus bin, das heißt nichts Gutes. Keine Höhle nebendran. Na gut, also ich kann jetzt nachkommen. Jetzt zeichne ich 40 mit Kartoffeln. Ich glaube, ich... Brat Kartoffeln. Boah, ernsthaft. Ich bin jetzt vollkommen scheißegal. Warum finde ich ihn jetzt keinen Scheißteil? Warum würde ich die Person jetzt sitzen? So, das muss doch hier endlich mal was rausgehen. Ich höre einen Ghast sogar. Ich baue halt hier im Nether wirklich ein Tunnelsystem zusammen. Kann man halt echt so nennen. So, dann packe ich immer das Essen rein. Boah, Peppy lässt immer noch. Nein, jetzt bin ich mich gar nicht wirklich am bewegen. Weil ich hier an seiner Bergkante festhänge. Also, es ist ja so ein fettes Meer, was mir verhindert, dass ihr auf direkten Weg zu euch kommen. Jetzt muss ich drum rumlaufen. Ach Gott. Was soll das denn? Also, bis zur nächsten Aufnahmesession. What? Wow, es käpt doch gleich an. Warum zur nächsten Aufnahmesession? Alex? Captain hat angegriffen, aber ich habe mich noch schlagen. Hat der dich einmal angegriffen, oder wie? Ja. Wie wäre es, wenn wir noch so eine kleine Analyzation-Regel einführen, dass man nicht in einem Haus gekillt werden darf? Der hat mich einfach hinterrückt in meinem eigenen Haus überfallen. Nee, das brauchst du nicht machen. Captain! Captain! Kalle. Ja, warum sollten wir das machen? Weil... Was hat er geschlieben? Scheiße, ich persönlich drauf. So, jetzt kann ich langsam kommen. 150 oder minus 150? Minus 150. Ah, Gott. Ich muss hier oben in den großen Ozean rumlaufen. Meine Fresse, sie sollen aufhören uns anzugreifen, weiß was? Wo sind die denn? Sanktus. Jetzt kommt mein schön verzaubertes Schwert. Bei uns hier unten, Alter. Echt? Ja, komm, dann kipp einfach Lava übers Tor. Ah, ich habe das Dorf, ich habe Dorf. Das Dorf am Spawn. Kipp Lava übers Tor. Übers Dorf? Boah, kipp Lava über das Tor. Never, äh, das Endert, äh, Never-Tor. Über das Tor? Portal. Ach so! Moment, bist du nicht im Portal? Äh, ähm. Ich bin im Never, scheiß drauf. Ich bin, ich bin, ich brauche erstmal eine Stunde, bis ich wieder hier rauskomme. Das Lustige, was das ist, äh, Dra, ähm, er schleicht es so an, stellt sich hinter die Tür, QB stellt sich so hinter die Tür, duckt sich, weil er denkt, ich sehe nicht, ich habe hier ein Fenster in meinem Haus. Ich sehe was da vor mir da unten, Rui. So, ich bin jetzt, bin jetzt da. Bei uns? Ja. Dann komm mal bei mir zu, in mein Haus, bitte. Ich habe noch nicht genug Leben, ich muss so schnell regenerieren, dann bin ich da. Ich bin nicht da. Alter, Peppy, hast du mich gerade erschreckt. Hier, ich habe dein Pferd mitgebracht, ne? Ey, danke. So, wo habt ihr die jetzt angeleint? Nee, nicht angeleint, nix mit Leiden. Ähm. Aus irgendeinem Grund regeneriert mein Fuzzi kein Leben. Ach, du, nein. Peppy! Ah, nee, ist Alex. Peppy, hier. Wo sind die Pferde? Hast du vor das Essen? Hier. Ja. Ja, musst du warten. Ist halt schwer. Ja, das dauert eine Weile. Beim Rauskommen musst du einfach raushüpfen. Ah, wir sollten die, äh. Jetzt können wir es ja besser machen, wir haben jetzt Leinen. Wo sind die jetzt hin? Ja, aber ich nehme die, ich nehme die Sattel, äh, Sattel ab, sonst reiten die uns einfach mit unseren eigenen Pferden weg. Alex, ich brenne! Wo sind die hin? Ähm, was hast du bitte für einen Effekt drauf? Hunger. Was machst du dir? Nimmst du dir einfach aus meiner Kiste Zeug oder was? Ja, ich habe eine Kartoffel genommen. Nein, 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 nicht hauen, Alex. Komm mal mit, ähm, nimm mal das Essen mit und komm mal kurz mit, Alex. Nimm dir bitte dieses Eisenschwert, bitte, Dankeschön. Alex, nimm mal Essen, äh, ich nehme mal das Essen mit und tu es oben ins Lager. Wieso? Das ist mein Lager, das ist mein Essen, das hab ich gefarmt. Okay. Du darfst dir, wenn du willst, Karotten mitnehmen. Okay, für die Schweine. Ja, du darfst. Ja, alle. Du darfst dir alle mitnehmen, wenn du willst, alle 63. Lol, ich bin so schlecht. Ey, ich hätte jetzt gern mitgeprügelt, ne? Weißt du, ähm, Kubi ist vorhin schon mal angekommen und hat einfach, ähm, hat einfach mich geschlagen bei mir zu Hause. Ich glaube, den ist langweilig. Wo ist denn mein Pferd, Peppy? Ähm, das hab ich zu den anderen getan. Also, komm mal zu dir mit dem Nether. Was sind denn die anderen? Moment, mal kurz nachgucken, was hat hier alles? Moment, ähm, komm mal, ich geh da mal kurz hoch. Ich bin mal kurz am Leinen, Leine. Alter, grad voll die Nevermusik, ey. Ich feier die übrigens. Sag mal, haben wir noch irgendwo Holz? Habt ihr Holz für mich? Ich pack mal das kurz in die Randomkiste. Ne, ich hab noch was. So, komm. Was hatten die dabei? Alex, weißt du, wo die Pferde sind? Äh, Nils, komm mal mit. Jaja, äh. Oi. So. Ah, shit, ich hab keine Dings. Wenn's hängt, dann sorry, ne? Kann sein, dass ich, äh, ich generier im Nether gerade. Ich schau mal nach, wo du bist und such dich. Äh, mich findest du nicht. Wetten. Hm. Wow! Was? Beim Eingang zum Portal, müsst ihr euch vorstellen, zwei Ghasts. Nice. Hatten wir nicht gerade eben noch vier Pferde? Ich spiele jetzt noch selber mit euch. Wir hatten drei. Ich spiele gerade Laserball, Tennis. Das eine ist gestorben. Alter, es sind so viele Viecher vor meinem Haus. Ich kann mein, äh, Ding nicht parken. Wup, 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 wup. Dann kill sie doch einfach. Fuck, 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 fuck. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Zwei Herzen, Alter. Zwei Herzen. Fast verbrannt. Ähm, hatten wir nicht gerade eben noch vier Pferde? Nochmal, Peppy. Eins ist gestorben. Und eins war entfohlen. Nehmen von den Pferden mal die Sattel runter, weil sonst, äh, hauen die damit einfach, äh, vielleicht ab. Ja. Sind eh keiner da. Komm schon. Alter, acht Sättel. Acht Sättel, drei Diamantenpferderüstung. Doch, keine. Alter, die Neverfestung in dieser Welt, die ist auch gerade irgendwie verschollen. Ich muss dringend mal mein Inventar leer kriegen. Puh, was eine Schlacht. Lol. Ah, Kubi greift, ähm, greift Ding an. Ich glaub, die sind einfach auf Kampf aus. Ja, die haben Langeweile, würde ich mal sagen. Sollen sie bauen, verdammt. Wir spielen Minecraft. Ne, weißt du, wenn man, wenn man kein, wenn man keine Erfolgsaussichten hat, dann fängt man an zu, zu nerven. Oder wenn man einfach scheiße ist. Ja, deswegen natürlich auch. Äh, warte mal. Die macht echt YOLO. Was geht mit dir? Level up. Ja, Festung gefunden. Nice. Alter, weißt du, wie, weißt du, wie versteckt die Festung war? Ich hab, ähm, in, ähm, in nem Neversteinberg hab ich einmal nur ein wenig rausragen sehen von, ähm, von dem Festungsgestein. Mehr hab ich davon nicht gesehen. Skelett und schwarze Skelett. Hart ungeil. Nils, bist du grad bei oben bei dir? Ja. Lol. N-n-n River-Skelett, äh, wird gerade von nem normalen Skelett gekillt. Was, wie kommt da ein normales Skelett rein? Wenn jetzt ein Schädel noch rauskommt, die spawnen, weil, äh, die ID von Wizzerskeletten und Skeletten nur ziemlich die gleiche ist. Äh, so ziemlich ist nicht dasselbe. Ja, das ist, das ist das, äh. Ich brenne. Es ist ein Fehler im System. Hey Alex. Hi. Was soll denn eigentlich das hier sein? Das ist ein Schrank. Aha. Wo machst du jetzt deinen Aussichtsturm hin? Ähm, ja, weil dann ist was dazwischen gekommen. Lohn-Spawner gefunden. Ich durfte, dass ich dir in dein Haus was reinbauen musste, aber... Oh, drei Lohn! Bin ich immer noch so ein Lohn-Master? Ne, scheinbar nicht. Alex, komm mal hier hoch. Ah, scheiß Creeper. Scheiß Lohn, ich aim besser. Aha. Ein Lager. Aha. Ich werde dafür, dass wir jetzt hier so einen riesen Mauerbaum mit einem riesen Tor. Ja, ja, ich, ich wollte ja auch... Und über Naruto reden gleichzeitig. Aha. Ich wollte, ähm, so ein Ding, wie so eine kleine Festung bauen. Haha, lol. Bin mit dem Feuer. Ja, darfst du mal was gekriegt haben? Ich sage, von hier oben sieht meine Mine echt irgendwie geil aus. John, wie so ein Eingang zu so einem Tempel. Ja, wie so eine Mine eben. Wie bei Indiana Jones. Da, 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 da. Ich glaube, ich werde sowieso noch, das wird so extrem heft-hardcore werden, aber... Alter, wat für eine Finte, ey. Von meiner Burg irgendwie einen Aufweg nach hier oben machen, dass ich nicht rausgehen muss, dass ich alles von meiner Mine aus machen kann. Bin faul. Wie so ein, ähm, wie so ein Sessel, wo du reinscheißen kannst. Ja, den alten Opas haben. Beneidet die immer noch für sowas. Meinst du, ein Rollator? Ja, Rollator mit eingebautem Klo. Und Getränkehalter, den dürfen wir nicht vergessen. Ja, der Getränkehalter ist das Wichtigste. In New Jersey musst du nie wieder eine Dose halten. Ey, Nils, kommst du mal kurz in dein Haus rein, ich will kurz was bemängeln an deinem Haus. Ich geh die Treppe hoch. Eeeh. Ja, ich weiß, das hab ich auch schon bemerkt. Eeeh. Und ich hab ja was verändert. Finde den, den Unterschied zu vorher. Ich hab zwei Sachen gemacht. Lock abgebaut und wieder hingesetzt. Komm mir bekannt vor. Ich mach mal einen ganz dezenten Hinweis. Ui, ne Fackel. Möglicherweise hab ich die gleiche Festung. Beigesetzt, da oben. Dankeschön. Du warst voll dunkel unten, Alter. Voll unten, wenn wir oben sind. Ich sollte meine Pilzfarm mal wieder lernen. Ich werde uns ein Pilzausguckhaus bauen. So, als nächstes kommt Getreidefarm hier oben noch. Alter, wenn das die Festung ist, die ich damals mal gefunden hab, ähm, dann kotze ich. Okay, sieht schon mal nicht danach aus. Bis jetzt. Haben wir Samen. Ja, genügen. Guck, geh bei mir ins Haus und guck dir mal. Ja, es ist nicht die Festung. Oder guck bei mir in meine Miene rein. Das ist auch was. Es ist nicht die gleiche Festung. Okay. Ernst, weißt du, du bittest immer um irgendwelche Objekte, die wir schon längst haben. Cobblestone hab ich auch schon mega viel. Ja, hab ich mir 36 genommen. Ja, kein Problem. Stört mich auch nicht. Ich sag's mal so, Nils, komm mal zu mir her. Komm mal zu meiner Miene, bitte. Komm her. Alles klar. Sofort. Na, weißt du, was Farmen angeht, bin ich ja nur am Holz beteiligt, weil ich hasse es, in Mienen zu gehen. Äh, das Spiel heißt Minecraft. Yay, okay, es ist eine ganz neue, frische Festung. Eine frische Festung? Ja. Helene Fischer. Helene Frischer.